Vor wenigen Stunden machte Ralf Schumacher seine Liebe zu einem Mann öffentlich. Noch Anfang des Jahres hatte Ex-Frau Cora Schumacher im Dschungelcamp eine vielsagende Andeutung zu ihrer Ehe mit dem Formel-1-Star gemacht. Ralf Schumacher Seit zwei Jahren ist er mit einem Mann zusammen. Es ist die Liebes-News überhaupt. Vor wenigen Stunden teilte Ralf Schumacher, 49, seinen Fans und der Welt mit, dass er seit zwei Jahren in einer Beziehung mit einem Mann lebt. Bei Instagram teilte er ein Foto, das ihn Arm in Arm mit seinem Partner zeigt. Dazu schrieb er, das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Das Outing des einstigen Formel-1-Profis löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus. Etliche Promis reagierten bereits auf das Liebesstatement, beispielsweise Carmen Geis, 59, die eng mit dem 49-Jährigen befreundet ist. Sie verriet sogar, dass Ralf und sein Partner Etienne bereits seit zwei Jahren ein Paar sind. Außerdem schrieb sie, heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz. Ex-Frau Cora Schumacher machte Anfang des Jahres Andeutung zu ihrer Ehe mit Ralf. Doch viele User im Netz warten vor allem auf eine Reaktion, und zwar auf die von Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher, 47. 2001 traten die beiden vor den Traualtar, einige Zeit nach der Hochzeit wurden sie Eltern eines Sohnes. 2015 ließen sich die beiden offiziell scheiden. Momentan schweigt Cora aber zu dem Liebeshutings ihres Ex-Mannes. Dafür erinnern sich nun viele an die Tränen-Aussage, die die 47-Jährige noch Anfang des Jahres im Dschungelcamp über ihre Beziehung zu Ralf Schumacher tätigte. Als sie nämlich von Sarah Kern, 56, gefragt wurde, ob Ralf ihre größte Liebe gewesen sei, erklärte Cora vielsagend. C.H. habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Es gibt tausende verschiedene Gründe, warum man jemanden heiratet, obwohl man nicht die große Liebe gefunden hat. Im Einzelinterview mit Dschungeltelefon legte sie dann noch einmal nach und erklärte, sagen wir mal so, man wahrt die Persönlichkeitsrechte des jeweils anderen. Außerdem deutete sie an, dass sie weiter nichts zu dem Thema sagen dürfte, ich kann über einige Dinge nicht reden. Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Ob sich Cora Schumacher nun zu dem Outing ihres Ex-Mannes äußern wird, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017